Ob glatt rasiert, 5-Tage-Bart, 3-Tage-Bart, Vollbart, Teilbart, Kinnbart, Schnurrbart oder Unterlippenbart. Basierend auf einer Panasonic Online-Umfrage aus dem Jahr 2021 mit knapp 7000 Teilnehmern haben 51% der Männer angegeben, dass sie regelmäßig ihren Look ändern. Und das werde ich heute auch machen in Form einer Barttransformation. Aktuell habe ich eine relativ volle Bartsituation, wie man sehen kann und daraus werden wir jetzt ganz viele unterschiedliche Looks kreieren. Und das ist das, wie man sehen kann, wie man sehen kann. Und um diese verschiedenen Badsides zu kreieren, wurde mir das Multishape 7N1 Set von Panasonic zur Verfügung gestellt. Multishape ist ein modulares Körperpflegesystem und gleichzeitig ein sehr vielseitiges Gerät, das übrigens auch ideal für Reisen geeignet ist. Im Mittelpunkt steht hierbei das Thema Nachhaltigkeit, denn du kannst selbst entscheiden, welche Aufsätze du für dich und deine Pflegeroutine benötigst. Kommen wir kurz zu den Key Features. Der Akku kann in einer Stunde vollständig geladen werden und sorgt damit bis zu 70 Minuten Betrieb. Das Gerät ist wasserfest und kann dementsprechend sowohl nass als auch trocken verwendet werden und es ist dank rutschfestem Griff und weiteren Features wirklich easy in der Handhabung. Bei den Klingen handelt es sich durch japanische Klingentechnologie, gefertigte Edelstahlklingen und mit vier Trimaufsätzen für Bad, Haare und Körper kannst du bis zu 58 Längeneinstellungen auswählen. Und by the way, das Multishape Konzept konnte bereits diverse Awards und Empfehlungen in Fachzeitschriften einheizen. Und man kann sich mit dem Gerät zudem noch die Nasenhaare trimmen. Und die Zähne putzen. Ja Leute, im Ernst, ist kein Witz. Beim Kauf eines teilnehmenden Multishaped Produkts im Zeitraum von Mitte November bis Ende März 2024 und Registrierung unter mypanasonic bis zum 15.04.2024 erhältst du eine praktische Strukturtasche sowie einen elektronischen Zahnbürstenkopf mit dazu. Und das Ganze soll sich natürlich auch für euch lohnen. Beim Kauf über mediamarkt.de oder saturn.de bekommt ihr 20 Euro Rabatt. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Box. Und jetzt geht's weiter mit dem Bad Styles. Und jetzt geht's weiter mit dem Bad Styles. Und jetzt geht's weiter mit dem Bad Styles. Aufgrund des Movembers lasse ich meinen P-Balken hier vorne jetzt einfach mal stehen. Mit dem richtigen Aufsatz beim Multishape hätte ich jetzt auch noch die Möglichkeit gehabt, meinen Bad komplett runter zu rasieren. Also komplett glatt zu rasieren. Hier nochmal alle Bad Styles im Überblick. Schreibt gerne in die Kommentare rein, welcher Bad Style euch persönlich am besten gefallen hat. Und falls dir gerade jemand einfällt, der seinen Bad Style unbedingt mal ändern sollte, dann teile natürlich liebend gerne dieses Video mit ihm. Und denkt auf jeden Fall an das Angebot vom Multishape bei mediamarkt und saturn. Leute, das ist wirklich ein hervorragendes Gerät. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Box. Und auf diesem Wege wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Kreieren von eurem individuellen Bad Style.